Der Calliope Mini hat bereits einige gängige Sensoren wie Lage, Helligkeit und Temperatur an Bord. Möchte man aber spezielle Dinge messen oder die Messung weiter weg vom Calliope durchführen, so können externe Sensoren an den Calliope angeschlossen werden. An den beiden Buchsen links und rechts von der LED-Matrix lassen sich sogenannte grove Sensoren anschließen. Grove Sensoren werden zu unterschiedlichsten Zwecken angeboten, wie zur Messwerterfassung von Feuchtigkeit, Bewegung oder CO2-Gehalt in der Luft. Sie haben über den standardisierten grove Anschluss alle eine gleiche PIN-Belegung und können daher auch mit anderen Hardware-Plattformen wie dem BBC Microbit und entsprechenden Adapterplatinen verwendet werden. Über die Kabelverbindung sind unterschiedliche Entfernungen zum Ein-Platinen-Computer und damit auch unterschiedlich große, reale Coding- und Making-Artefakte möglich. Auch wenn der grobe Anschluss an jedem Sensor identisch ist, läuft nicht jeder Sensor problemlos mit dem Calliope Mini. Das liegt erstens daran, dass viele Sensoren mit 5 Volt laufen, der Calliope aber nur 3 Volt an den Buchsen liefert. Und zweitens übertragen die Sensoren ihre Messwerte nicht einheitlich, sondern je nach Sensor digital, analog, seriell oder per Busprotokoll. Damit man sich als Einsteiger damit nicht weiter herumschlagen lohnt sich eine Suche nach vorbereiteten Anleitungen und Blöcken für die Programmierung Mailcode im Internet. Für drei Sensoren liefert dieses Erklärvideo nun eine Starthilfe. Der günstig erhältliche grobe Feuchtigkeitssensor liefert ein analoges Signal. Das bedeutet, der unterscheidet nicht nur zwischen Trocken und Nass, also 0 und 1, sondern er liefert einen theoretischen Wert von 0 bis 1023. In der Praxis werden diese Werte aber nicht erreicht. Trocken liefert einen einstelligen Wert, feucht einen dreistelligen und Nass einen mittleren dreistelligen Wert. Schauen wir uns die Programmierung und den Praxistest einmal genauer an. Der Feuchtigkeitssensor muss an der rechten grobe Buchse neben der Taste B angeschlossen werden. Nur dort ist das Bearbeiten eines analogen Signals möglich. Woher weiß man das? In der offiziellen Infografik ist der rechte grobe Anschluss beim Pin C16 mit RX gekennzeichnet, was für Receive, also empfangen, steht. Das tiefgestellte graue Piktogramm weist darauf hin, dass C16 auch analoge Signaldaten verarbeiten kann. Am linken grobe Anschluss hat kein Pin dieses Piktogramm, daher würde der Feuchtigkeitssensor dort auch nicht funktionieren. In der Programmierunggebung MakeCode findet man in der Kategorie Fortgeschritten Pins den Block analoge Werte von Pin P1. Er lässt sich nur in einem Block anhängen, der eine Zahl erwartet. Für einen ersten Test ist der Block Zeige-Nummer 0 in der Kategorie Grundlagen gut geeignet. Mit Klick auf P1 kann der richtige Pin C16 ausgewählt werden. In der Kontrollstruktur dauerhaft zeigt der Calliope auf seiner LED-Matrix nun fortlaufend den gemessenen Feuchtigkeitswert vom Sensor als Zahl an. Man sieht, dass Trocken nicht gleich 0 bedeutet, die Haut aufgrund des salzigen Schweißes etwas Strom leitet und ein Becher Wasser den Messwert nicht wirklich über 1000 bringt. Um Entfernungen nach dem Fledermausprinzip messen zu können, sendet der Ultraschallsensor vom menschlichen Ohr nicht wahrnehmbare Töne aus. Werden sie von einem Objekt reflektiert, registriert der Sensor sie wieder. Über die Dauer, die die Töne unterwegs sind, lässt sich die Entfernung zum Objekt berechnen. Der Sensor liefert zwar ein digitales Signal und wird im Beispiel an der rechten grobe Buchse angeschlossen. Die Umrechnung der Messwerte in konkrete Zentimeterangaben erfordert jedoch einiges an Programmierung. Der Block zum Lesen des digitalen Werts reicht nicht alleine aus. Man kann aber doch die Entfernung in Zentimetern mit einem einzigen Block ermitteln. Er ist nicht sofort verfügbar, sondern muss als Erweiterung nachgeladen werden. Zum Erweitern von Make-Code mit Blöcken klickt man in der Kategorie Fortgeschritten auf Paket hinzufügen. Es werden mehrere Pakete angezeigt, die Liste kann man weiter nach unten scrollen. Klickt man das Paket grobe an, wird es heruntergeladen und in die Kategorien von Make-Code eingefügt. In der Kategorie grobe liefert der Block Ultrasonic-Sensor in Zentimeter at P0 die Entfernung in Zentimetern, wenn man noch P0 auf C16 ändert. Für einen ersten Test ist innerhalb der dauerhaft Kontrollstruktur der Block Zeige Nummer 0 in der Grundlagenkategorie wieder geeignet, der den Sensorblock anstelle der 0 enthält. Man sieht im Video, dass die Aufnahme mit dem Tablet in 37 Zentimetern Höhe durchgeführt wurde und der Sensor unterhalb von 2 Zentimetern keine kleineren Werte mehr liefert. Der dritte Sensor ist ein sogenannter grobe Multi-Touch-Sensor. Er besitzt mehrere Fühler, die per Kabel an die Platine angeschlossen sind. Er wird mit vier Fühlern geliefert, maximal sind sogar zwölf möglich. Berührt man einen der Fühler, wird dies vom Sensor detektiert. Dabei kann zwischen der Fingerkuppe und dem Fühler auch Stoff, Papier, Klebeband und sogar dünne Pappe liegen, er muss also gar nicht sichtbar auf dem Artefakt angebracht sein. Der Sensor kommuniziert mit dem Calliope Mini per sogenannten I2C-Protokoll, welches nur an der linken grobe Buchse zur Verfügung steht. Daher wird er dort per Verlindungskabel angeschlossen. Die notwendigen Blöcke müssen ebenfalls als Paket hinzugefügt werden, über die Kategorie Fortgeschritten Paket hinzufügen. Das Paket erscheint jedoch nicht in der Liste, da es dort nicht offiziell aufgenommen wurde. Stattdessen muss die komplette Internetadresse der Seite in das Suchfeld eingegeben werden, auf der die Quelltexte des Pakets liegen. Sie lautet htps//github.com//infchem//pxt-kaliope-grove-mpr121. Anschließend muss mit der Lupe rechts neben dem Textfeld oder Enter nach dem Paket gesucht werden. Es erscheint als ein einzelner Treffer in der Liste mit dem Hinweis, vom Benutzer bereitgestelltes Paket nicht von Microsoft bestätigt. Ein Klick darauf fügt die Blöcke in der neuen Kategorie grobe I2C-Touchsensor nun hinzu. Für einen ersten Test reicht es auch wieder aus, wenn der Block Zeige Nummer 0 in einer dauerhaft Kontrollstruktur verwendet wird und statt der 0 der neue Block Lesefühlernummer eingebaut wird. Es ist noch wichtig zu wissen, dass der Sensor initialisiert werden muss, damit er überhaupt Werte liefert. Dafür ist der zweite neue Block initialisiere den grobe I2C-Touchsensor zuständig. Er wird jedoch nicht in dem dauerhaft Block eingebaut, sondern in den beim Start Block. Diesen findet man in der Kategorie Grundlagen ganz am Ende. Im Video ist zu sehen, dass jeder der Fühler eine Nummer liefert, angefangen mit der 0 für den ersten Fühler. Wird kein Fühler berührt, liefert der Lesefühlernummerblock eine minus 2. Da dies in diesem Beispiel im Video stören würde, wurde im dauerhaft Block eine bedingte Verzweigung ergänzt, die vergleicht, ob Lesefühlernummer ungleich minus 2 ist. Wenn also kein Fühler berührt wird, bleibt die letzte Fühler Nummer auf der LED-Matrix stehen.